Hi Ron, zuerst mal Glückwunsch, denn du hast am Wochenende eine kleine Schallmauer durchbrochen. Du bist als dritter Spieler in der Liga schon über 300 Kilometer in dieser Saison gelaufen. Hattest du die Statistik im Zähler und was macht dich eigentlich so laufstark? Nee, hatte ich nicht im Kopf. Das kommt davon, wenn man dann so viel spielen darf. Und ich glaube, dann laufe ich auch nicht zu wenig in den Spielen. Was macht mich so laufstark? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen gute Gene. Wenn man viel spielt, dann hat man auch viel Kondition. Das ist so eine Komponente. Am Samstag ist dann um 13 Uhr der FC Hansa Rostock bei uns zu Gast in der Home Deluxe Arena. Du dürftest auch abgesehen vom 3-0 Endstand gute Erinnerungen ans Hinspiel haben. Denn da hast du ja relativ sehenswert zum zwischenzeitlichen 1-0 getroffen. Wir schauen uns das Tor nochmal gemeinsam an. Spiel mal den Kommentator und beschreibst für uns das Tor. Die Hühne dribbelt an, spielt einen super Ball auf Maxi. Der ihn direkt den Flow lang schickt. Und dann positioniere ich mich schon ein bisschen nach vorne, um den zweiten Ball für die Flanke eventuell zu kriegen. Dann Freddy Ananou, mein alter Mitspieler, köpfte ihn dann Gott sei Dank perfekt zu mir. Und ja, den treffe ich jetzt auch nicht so oft so mit links. So ehrlich muss man sein. Aber ja, war ein schönes Tor und ein toller Moment für mich. Und auch das nächste Spiel gegen Rostock könnte für dich wieder denkwürdig werden. Denn du stehst vor deinem 100. Pflichtspiel mit unserer Profimannschaft. Kannst du dich noch ans Erste erinnern? Oh, ans Erste Pflichtspiel. Ja, das müsste im Westfalenpokal gewesen sein gegen Beckham. Genau, ja. Das waren 20 Minuten ungefähr auf der Rechtsverteidigerposition. Er war relativ unbedeutend für alle anderen Beteiligten. Und für mich ein Riesenmoment. Auch auf einer fremden Position. Aber er hat riesen Spaß gemacht und ist schon ein bisschen länger her jetzt. Du hast auf jeden Fall ein gutes Gedächtnis. Es waren nämlich genau 20 Minuten, die du spielen durftest. Bis in der 70. Minute für Ben Zolinski eingewechselt worden. Und am Ende stand ein 4-0 Sieg. Danke dir Ron, viel Erfolg fürs Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank.